Open Science bedeutet, akademisches Wissen offen zu teilen und anderen frei zur Verfügung zu stellen. Die Herausforderung in Österreich ist, dass es an Sichtbarkeit der vielen praktizierenden Open Scientists mangelt. Mit dem Projekt Ich bin Open Science lösen wir dieses Problem, indem wir der Bewegung ein Gesicht geben. Auf der dazugehörigen Plattform können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich zu Open Science bekennen und die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren. Ich bin Open Science, weil ich dadurch allen den Zugang zu akademischem Wissen ermögliche. Dadurch können Personen, die normalerweise keinen Zugriff auf wissenschaftliche Ergebnisse haben, von diesem Wissen profitieren und selbst aktiver am Forschungsprozess teilnehmen. Ich bin Open Science ist mehr als eine Plattform. Wir wollen für dieses wichtige Thema Aufmerksamkeit schaffen, mit spannenden Geschichten über die sozialen Medien und indem wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor Ort zusammenbringen und ihnen Gesicht und Stimme verleihen. Ich bin Open Science, weil für mich als Wissenschaftsjournalistin die Anwendungen des Open Access wie gelegen kommen. Mit den im Internet frei verfügbaren wissenschaftlichen Fachpublikationen kann ich mich im beruflichen Alltag ganz wunderbar über den Tellerrand hinaus bewegen. Ich bin Open Science, weil wir durch offene Wissenschaft mehr Aufmerksamkeit für die tolle Forschung in Österreich erzeugen. Dadurch erhöhen wir nicht nur den Impact der Wissenschaftlerinnen, wir stärken auch den Wissenschaftsstandort Österreich als Ganzes. Nicht nur die Inhalte der Kampagne werden offen weitergegeben. Auch der Quellcode der Plattform wird unter eine freie Lizenz gestellt und kann von anderen Initiativen leicht wiederverwendet werden. Ich bin Open Science will somit einen Beitrag zur Nutzung des Internets als demokratiepolitisches Instrument leisten und Open Science für uns und zukünftige Generationen Wirklichkeit werden lassen. Landsat Le Asia Impressant Linden LeXT